Der bevorstehende Austritt Englands aus der EU, der sogenannte Brexit, droht das Land zu zerreissen. Noch ist unklar, ob der Austritt im Frühjahr 2019 geordnet oder ungeordnet erfolgen wird. Und die britische Premierministerin Theresa May, sie hat ja jetzt noch einen dritten Weg vorgeschlagen, wie das Grossbritannien die EU verlassen könnte, nämlich Danzens. Ein Naturtalent, oder? Ein Naturtalent und ich würde sagen, wenn alle Streitkrisen bewirren sind, kann ich nächstes Jahr immer noch mitmachen. Darf ich bitten? Herzlich willkommen. Nach der Märchenhochzeit mit der amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle ist bereits auch schon Nachwuchs unterwegs. Zum England von dem ganzen Brexit-Debaker ablenken, bräuchte ja das ein bisschen mehr als das eine Baby, das Prince Harry und Meghan da machen. Da müsste schon mindestens Queen nochmal schwanger werden. Ja, ich sage ja am besten mit Pfeufling.